Heute an diesem schönen Apriltag zeige ich euch mal unsere tollen kleinen Welpen. Das sind Lolo, Limbo und Lali. Fünf Monate alt ungefähr und sie sind einfach lieber. So, ich denke das ist Lali, hier jetzt. Wer ist das? Das müsste mit den dunklen Ohren dann Lolo sein. Mit der dunkleren Nase, ja genau. Da ist Limbo, genau. Und sie werden klein mittelgroß bleiben. Ich denke jetzt sie müssen 42 cm, maximal 44 cm. Sie werden auf jeden Fall unter 50 bleiben. Schulterhöhe. Nicht wahr Leute? Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.